Wie ich schon am Telefon sagte, habe ich einen Job für Sie. Mein Vater hat ein Meisterstück namens Benny Sakura hergestellt. Und genau das ist von jemandem gestohlen worden. Aha, und was ist dieses Benny Sakura? Ich möchte, dass Sie sich sofort auf die Suche danach machen. Was denn, Sie haben mich immer noch nicht gehört! Wenn Sie mit meinem Bruder sprechen wollen, müssen Sie ganz nah an sein Ohr heran. Meiner! Fest nicht! 1,10,8,6! Gibt's an! Ich kann dir unter den Ruck gucken. Ich sehe deine dreckige Unterhose. Shenzuke Summer, sie lügt ehrlich. Ich wetzle meine Unterhosen jeden Tag. Guck auf sie selbst! Was anderes, Kondo-San? Musst du wirklich beim Schwerter schwingen auch untenrum nackt sein? Es geht nicht um einen Kampf. Es geht um gegenseitiges Abschlachten. Das sind also Gentokisakata und Kotaro Katsura. Die sind stark. Wäre lustig, gegen die mal anzutreten. Diesen Stil nennt man Trunkenes Seekin. Je betrunkener man ist, desto stärker wird man. Eine legendäre Technik. Gut, mir kannst du nichts vormachen. Ihr kommt hier nie weg! Die Jahn auf die Beinliste eröffnet! Das Ende? Was für ein Quatsch. Wir haben doch noch nicht mal richtig angefangen. Das Ende? Das Ende? Untertitelung des ZDF, 2020